Der den Dzeko hat ein Auge für den mitgeeilten Pekarik. Schöner Flankenwechsel, dann Pekarik und in der Mitte Dzeko-Tor! Klasse gemacht vom Brasilianer, das freut auch seine Frau in der eigenen Dzeko-Luge. Nur er legt sich auf, Pinto, und das kann man verstehen, wenn man jetzt nochmal hinschaut. Pekarik und dann setzt er sich ziemlich robust durch dort. Diego, gefährliches Spiel möglicherweise auch noch gegen Avelvor. Der Treffer zählt, Wolfgang Stark lässt das gelten und ich meine, das kann man tun. Ein harter Zweikampf im Schlafraum.